Hallo und herzlich Willkommen zu Wahlkampf Melanchthon. Ich bin Fabian, der Wahlleiter dieses Jahr und die Wahlkandidaten dieses Jahr stellen sich einmal kurz nacheinander vor. Hallo und herzlich Willkommen. Wir sind Max und Celina und dieses Jahr treten wir als Hühlersprecher-Team an. Natürlich sind wir gut darauf vorbereitet, denn im letzten Schuljahr konnten wir schon als stellvertretende Schulsprecher im SV-Vorstand agieren. Wir waren die Stellvertreter vom Glenn. Trotzdem sind wir immer offen für eure neuen Ideen. Zum Beispiel wollen wir eine Projektbörse gründen, mit der ihr euch besser vernetzen könnt und neue Projekte ins Leben rufen könnt. Und natürlich sind wir immer für euch da. Also wenn ihr neue Projekte, Anregungen und Wünsche habt, könnt ihr euch immer bei uns melden. Zum Beispiel wenn ihr neue Bänke oder mehr Schulpartys wollt, wir setzen das um. Denn Max und Celina, wir gewinnen, du gewinnst. Auch ein Hallo von uns. Ich bin Abude und ich bin Lenny und wir treten dieses Jahr zum Schülersprecher an. Wir beide haben schon mehrere Jahre SV-Erfahrung und haben uns im letzten Jahr viel mehr engagiert und möchten es auch in Zukunft tun. Wir werden uns darum kümmern, dass wir eure Projekte umsetzen und vertreten. Unser großes Stichwort ist Integration. Wir möchten, dass jeder einen Teil in der SV hat und jeder etwas an dieser Schule bewirken kann. Denn Schule soll ein Ort sein, an dem jeder sich wohlfühlt, zu dem er nicht nur gehen muss, sondern auch gehen will. Deshalb hoffen wir auf eure Unterstützung. Und zählen auf eure Stimmen. Dankeschön! Also ich bin Christian. Und ich bin Anton. Hier in die Klasse CNC. Hier in die Q1. Und wir wollen eure Schülersprecher werden, um die drei Hauptziele von uns zu verwirklichen. Einmal Innovation, Kommunikation und Transparenz. Damit wollen wir die Zusammenarbeit zwischen der SV und auch der Schülerschaft stärken. Dass ihr mehr mitbekommt, was in der SV abgeht. Dass ihr mal erst eure Projekte und Ideen mit einbringen könnt. Aber auch, dass die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Klassenstufen besser funktioniert. Deshalb zählen wir am 8.9. auf eure Stimme. Kommen wir nun zu den Wahlkampf-Terminen. Und da fangen wir auch direkt an. Am 6., also nächste Woche Mittwoch, ist der Livestream auf Instagram mit einer Podiumsdiskussion. Und am 8.9. ist dann die Wahl, wo ihr die Schülersprecher wählen könnt. Und das war es auch schon wieder mit Wahlkampf Melanchthon. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ganz normal zu 120 Sekunden SV. Bis dann!